Warum erzählen Sie uns nicht, was passiert ist? Ich sage Ihnen die Wahrheit. Es regnete in Strömen und er brauchte eine Mitfahrgelegenheit. Hat irgendjemand beobachtet, wie der Mann eingestiegen ist? Ich weiß es nicht. Hey! Wir wollten dem Mann nur einen Gefallen tun. Hi, ich bin John Ryder. Fremde halten mich für vertrauenswürdig. Sind Sie das nicht? Nein. Eigentlich solltest du draußen sein und aufpassen, ob er kommt. Er bringt noch mehr Menschen um. Bleib, wo du bist! Oh mein Gott, wer ist es? Keine Bewegung! Der hört niemals auf! Fangen Sie jetzt nicht auf! Nein! Was wollen Sie? Dass du vier kleine Worte sagst. Ich möchte tot sein. Ich bin kein Worte sagst! Ich bin kein Worte sagst. Untertitelung des ZDF, 2020